An unserem derzeitigen Standort befand sich einst das Reichskanzlerpalais. Das abgebildete, barocke Gebäude von 1739 war auf Wunsch Otto von Bismarcks nach der Reichsgründung angekauft worden. Seither war es Sitz des deutschen Reichskanzlers, so auch in der Zeit der Weimarer Republik. Um der akuten Raumnot des Mitarbeiterstabs Herr zu werden, wurde bis 1930 ein nüchterner Erweiterungsbau hochgezogen, der den Formen der konservativen Moderne verpflichtet war. Dort zog Hitler provisorisch nach der Machtübernahme in eine großzügige Wohnung im vierten Obergeschoss. Später bewohnte er das Palais. In der Folge erfuhr das gesamte Ensemble massive Um- und Ausbauten. So wurde 1935, nach einer Skizze Hitlers, der zehn Meter lange Führerbalkon an der Fassade des Erweiterungsbaus errichtet. Hier präsentierte er sich gerne bei Staatsbesuchen oder Siegesparaden der Öffentlichkeit. Auch der vom Kaiserreich geprägte Wilhelmplatz vor der Reichskanzlei wurde 1936 für Masseninszenierungen optimiert. Einstige Blumenbeete, Baumscheiben und Rasenflächen verschwanden unter öden Granitplatten. Trotz dieser Maßnahmen entsprach das Ensemble nie Hitlers repräsentativen Ansprüchen. 1934 gab es erst Überlegungen für einen Reichskanzleineubau, der 1939 eingeweiht wurde. Bei der Integration in den riesigen Baukomplex erfuhren die alte Reichskanzlei sowie der Erweiterungsbau gravierende Eingriffe. Der neuen Reichskanzlei ist ein eigener Turpunkt in der Vossstraße gewidmet. Unter der Oberfläche des Areals fanden ebenfalls geschichtsträchtige Ereignisse statt. Auf der Grafik sind zwei rot markierte Luftschutzanlagen dargestellt. Die mit 1 gekennzeichnete befand sich unter dem Gartensaal des Reichskanzlerpalais und stammte von 1935. Sie wurde 1943, nach dem dauerhaften Verlust der Lufthoheit über Berlin, an den Neubaukomplex mit der Nummer 2 im Garten der Reichskanzlei angebunden. Zusammen bildeten sie den sogenannten Führerbunker, der ca. 30 Wohnräume umfasste. Mitte Januar 1945 hatten die Bombardements der Alliierten derart zugenommen, dass Hitler das Reichskanzlerpalais endgültig verlassen musste und dauerhaft im Bunkerquartier nahm. In den folgenden Wochen rückten die Alliierten immer weiter vor, während der gesundheitlich angeschlagene Diktator 5 Meter unter der Erde, geschützt durch 4 Meter Stahlbeton, von mirakulösen Wendungen des Kriegsglücks halluzinierte. Eine Kapitulation kam für ihn nicht in Frage. Alle Energie wurde darauf verwendet, den längst verlorenen Krieg bis zum letzten Mann fortzuführen. Die von Bombentreffern schwer versehrte Reichshauptstadt wurde nun hektisch auf den Häuserkampf vorbereitet, z.B. mit Straßensperren wie dieser am Hermannplatz in Neukölln. Das Regierungsviertel wurde verbarrikadiert und sogar der Führerbalkon am Erweiterungsbau als improvisierte Verteidigungsstellung genutzt. Seit Oktober 1944 war der Volkssturm als letztes Aufgebot aus Jugendlichen und alten Männern aufgestellt worden. Diese kaum ausgebildeten Rekruten wurden systematisch auf den Heldentod bei der Verteidigung der Heimat eingeschworen und später in militärisch sinnlosen Operationen verheizt. Mit der Entscheidung, im dicht besiedelten Stadtgebiet zu kämpfen, nahm das NS-Regime auch den Tod von unzähligen Zivilisten billigend in Kauf. Die Schlacht um Berlin wurde auf alliierter Seite von der Roten Armee geführt und begann am 16. April 1945. Sie endete am 2. Mai mit der Unterzeichnung des Kapitulationsbefehls durch den Kampfkommandanten Helmut Weidling. Die Kampfhandlungen kosteten Schätzungen zufolge ca. 170.000 Soldaten das Leben. Weitere 500.000 waren verwundet worden. Schon bevor sich der Kessel um Berlin geschlossen hatte, gab es eine Absetzbewegung der Leistungsträger des Dritten Reichs gen Westen. Teils mit, teils ohne Erlaubnis ihres Führers. Die Abbildung zeigt Admiral Dönitz bei einem seiner letzten Besuche im Führerbunker. Hitler weigerte sich strikt, die Stadt zu verlassen und ein kleiner Personenkreis scharrte sich bis zum Ende um ihn. Darunter seine rechte Hand Martin Buhrmann, seine Lebensgefährtin Eva Braun, sowie ab dem 22. April, nachdem sowjetische Einheiten die Stadtgrenze Berlins überschritten hatten, Propagandaminister Goebbels mit Familie. Am 25. April war die Stadt vollständig eingeschlossen und vier Tage später rückte die Rote Armee in das Regierungsviertel vor. In dieser Nacht heirateten Eva Braun und Adolf Hitler im Bunker und verübten dort am 30. April gemeinsam Suizid durch Einnahme von Gift. Ihre Leichen wurden auf vorabgegebenen Befehl im Garten der Reichskanzlei verbrannt. Die verkohlten Überreste wurden später von russischen Soldaten geborgen. Am 1. Mai folgte die Selbsttötung von Josef und Magda Goebbels, nachdem sie zuvor ihre eigenen sechs Kinder hatten ermorden lassen. Hitlers Todesort wurde zum Ausflugsziel der Siegermächte. Auf dem Foto ist der englische Premierminister Winston Churchill am 16. Juli 1945 zu sehen, wie er einen Tag vor dem Beginn der Potsdamer Konferenz auf einem Stuhl aus dem Führerbunker posiert. 1947 versuchten sich sowjetische Pioniere an der Sprengung der Anlage. Dabei brachen die Belüftungstürme und das Zugangsbauwerk auseinander, die Bunkerräume aber hielten Stand. Nach weiteren erfolglosen Sprengversuchen 1959 resignierte man und begrub den Torso unter einem aufgeschütteten Hügel. Zwischen 1985 und 1989 ließ die DDR den Bunker im Zusammenhang mit der Schaffung des heutigen Wohngebiets erst freilegen und dann endgültig zerstören. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann abonnieren Sie doch unseren YouTube-Channel. Vielen Dank! Vielen Dank!